Wo wohnt der Uber eigentlich in Norderstedt, gell? Ja. Den hab ich gesehen bei Darf der Legenden. G'schützt hat er, du. Da hast er ja Schakett ausgeführt. Ja, das ist gut. Du spielst schneller jetzt. Ist ja richtig. Ist gut, sieht gut aus. Läuft gut. Aber es ist halt 8. Man muss ja 8 Gegner. Ich meine, man merkt, die spielen sich immer noch 1. Dafür ist das Spiel da auch gut jetzt. Weil das ist ja jetzt kein... Mein Gott. Wir haben uns gesagt, 5. Liga. Das ist ja kein... Das ist ein Sparringspartner mehr. Aber so schlecht zu spielen die gar nicht. Ja? Finde ich. Nee. Halten ab. Tapfer die Gegner. Das stärkt natürlich der Selbstbewusstsein, der spielt. Ja, klar. Wenn das jetzt heute unentschieden gegeben hätte, lasst das mal 1-1 ausgegangen sein oder so. Das wär schon... So ist es in erwartender Sicht. Und sie spielen, bis sie sich ein. Ist besser wie ihr Training. Ja. Das motiviert. Ja. Ja, das ist Psychologie, ja. Före, Salam Aleikum. Före, Salam Aleikum. Das motiviert. Ja, das ist Psychologie. Steht auch hier drin, in der Mopo, das äh... Ja, es geht eben um einiges, ne? Nämlich um den Liga-Verbleib, das ist... Ja, der... Gott, hopp, Berg! Ooooooh! Sehr gut! Der ist guter Berg! Aber abseits, war eh abseits! Neue Millionen, glaub ich, gekostet! Ja! Mein Gott! Oh! 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 Noch ein Ball, noch ein Ball! Mo-Ming, der hat sich auch kaum gemacht! »Darfei, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich!« »Darfei, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich!« Und dann, Hä? Gerade er als Black-Hörer, erster Arm zugeleiten. Black-Hörer, dunkler Raum. Daniel! Roschine! Bam! Groß! Hau nicht hier! Der Kleine köpft ihn da raus, so. Habe ich mal gerade gedacht. Aber es ist einfach so blind reingefleddert da. Stecker hat er zu. Yeeeey! Super! Super! Habe ich Örning noch am Wochenende gesagt, der muss mehr diese Standards trainieren. Und dann oben in den Winkel das Ding. Antäuschen. Der eine soll loslaufen. Und der andere schieben. Der eine soll jaun. Und der eine soll die Läufe jaun. Der eine soll die Läufe! Untertitelung des ZDF, 2020